Besser als das Original. Hier sind sie, Jörg Drega und der Zong. Hier geht es nur um eins. Habt ihr Bock zu zocken? Zocken, bis der Zong kommt. Das sind 5000 Euro oder das volle Risiko. 3, 2, 1, jetzt. Und Jörg Drega, quälen macht ja Spaß, wenn's Drega dauert, ne? Ist ganz der Alte. Geh aufs Ganze! Geh aufs Ganze am Freitag um 20.15 Uhr in Sat.1.